Herr Althussmann, warum fahren Sie kein Elektroauto? Das ist ein Elektroauto. Echt? Super! Finde ich gut. Ja, sehen Sie, da vorne steht das E. Finde ich toll. Das ist ein Hybrid. Fahren Sie auch Privat-Elektro? Wenn Sie den aufnehmen, dann, wenn Sie gerade aufnehmen, ist es nicht okay. Die sind in der Öffentlichkeit. Ja, nee, alles gut. Machen auch ein gutes Gesicht. Ich habe da gar kein Problem. Wann ist denn eine Frau Ministerpräsident in Niedersachsen? Eine Frau? Werden wir sehen. Schicken Sie Ihre Kinder auch in Krieg nach Ukraine oder nur Waffen und Geld? Ich weiß nicht, die Diskussion machen. Nein, ich weiß. Und Tschüss.